Sodafresh macht Gutes für euch und will, dass ihr nicht nur glücklich seid mit uns, sondern Fan werdet und uns weiterempfehlt. Über 30 Jahre Erfahrung, das macht sich bei unseren Produkten bemerkbar. Als führendes Schweizer Unternehmer im Sodamarkt wissen wir genau, auf was es unseren Kunden ankommt. Bereits seit 1986 beschäftigen wir uns intensiv mit der sprudelnden Soda. Weshalb ihr euch für unsere Produkte entscheiden solltet? Natürlich, weil wir von Innovation sprudeln, genau wie unser Wasser. Wir sind zum Beispiel Erfinder von kombinierten Heiss-Kalt-Sprudelwasseranlagen. Hot, Cold & Sparkling. 2012 haben wir die Idee als Swissball in Basel vorgestellt. Unsere System-Cue-Box kann flexibel an verschiedenen Orten installiert werden und es braucht extrem wenig Platz für die Montage. Musik Musik Schaut euch den Unterschied an, wie schmal das Gerät ist. Neben dem ist ein wichtiger Aspekt, dass unsere Geräte die leisigsten auf dem Markt sind. Hört nur, bei geschlossenen Türen hört man praktisch nichts. Ein weiterer grosser Vorteil ist, dass wir mit doppelt so grossen Gaszylindern arbeiten. Dadurch muss der Kunde seltener das Zylinder wechseln und spart so kosten. Wir bieten 36 verschiedene Armaturen an, so findet jeder Kunde sein passendes Modell. Musik Das aktuelle Sortiment findet ihr auf der Homepage www.soda-fresh.ch Musik 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 Dann haben wir hier den Drehring. Ich brauche eine Strafgruppe zum Aktivieren und dann nur die Masse zu lassen. Zwei Mal drücken. Jetzt läuft das. Schauen wir mal wie schön das läuft. Über eine speziell entwickeltes App können jederzeit die Status, Menge und Laufzeit abgefragt werden. Ein Highlight ist, dass bei der elektronischen Anlage eine fixe Wassermenge beliebig programmiert werden kann. Musik Die Hygiene ist uns besonders wichtig. Wir arbeiten mit patentierten, giftklassfreien Systemen. Nachdem legen wir höchsten Wert auf Umweltbewusstsein, da uns die Erde, die uns das Wasser und somit das Leben schenkt, äusserst wichtig ist. Das ist beispielsweise daran zu erkennen, dass unsere Geräte im Durchschnitt fünfmal weniger Strom und Energie verbrauchen, wie diese unserer Konkurrenz. Und für SodaFresh ist ISO 14001 nicht nur ein Lippenbekenntnis. SodaFresh ist seit 2017 komplett frei von fossilen Brennstoffen. Und wir sind immer für euch da. Ob bei der Installation oder bei späteren Servicearbeiten. Wir helfen euch mit unserem jahrelangen Wissen immer sehr gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.